Ja, hi, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft e-Mobilität Berlin-Brandenburg. Ihr habt es ja mitbekommen, ich bin gerade in Österreich im Urlaub. Da wir mit dem Elektroauto unterwegs sind, haben wir das übliche Problem wie immer. Wir müssen es laden. Ich habe mir mitgenommen in meine Ferienwohnung eine mobile Wallbox. Wir sind in der Nähe von Feldkirchen und durch Zufall habe ich gesehen, wir sind eigentlich genau da, wo meine mobile Wallbox auch herkommt, nämlich der Go-E Charger. Und ich habe bei Go-E angefragt und der Ronald war einfach bereit, ganz kurzfristig, hat gesagt, jawohl, wir machen ein kurzes Interview. Er zeigt uns mal ein bisschen, wie es hier aussieht, was ihr hier macht und erzählt uns ein bisschen was zum Thema mobile Wallboxen. Stell dich einfach mal vor. Ja, hallo, ich bin Ronald, ich arbeite bei Go-E hier in Feldkirchen in Kärnten. Bin, vielleicht wie man hört, kein Kärntner, sondern komme aus Deutschland. Bin circa ein Jahr hier bei Go-E, bin im Marketing der Firma beschäftigt und wir wollen euch hier heute mal ein bisschen rumführen und zeigen, was wir hier so machen. Genau, und das erste Thema hat erstmal mit dem Thema mobile Wallbox noch gar nicht so was zu tun, denn ihr habt es in einer der Live-Sendungen neulich gesehen. Wir hatten das Thema Presseecho, E-Mobilität. Wie ist das in Österreich? Hat die E-Mobilität in Österreich eigentlich einen schweren Stand? Wird auch hier in Österreich immer noch gesagt, ja, das mit den Akkus und der CO2-Fußabdruck und das böse Kobalt und Lithium oder habt ihr hier in Österreich eine etwas entspanntere Sicht da drauf? Gerade auch, weil ihr ja hier auch mit dem Strommix sehr viel besser und weiter seid als bei uns in Deutschland. Ja, der Strommix ist hier in der Tat sehr viel besser. Wir haben ja sehr viel Wasserkraft hier in Österreich. Das Thema hat trotzdem sehr geteiltes Echo. Wenn ich mit Leuten spreche, da sagen doch viele, auch welche, die vielleicht Elektriker sind, ach, dieser ganze Strom, wo sollen wir den denn herkriegen? Wir waren auch im Januar in Wien auf der Vienna Autoshow. Dort habe ich dann auch zum Thema gesprochen, Stromversorgung in Gefahr. Dort haben wir eigentlich klar dargelegt, auch aufgrund von Studien, die Netzbetreiber oder die Uni Wien gemacht haben, dass E-Mobilität im Grunde kein Problem ist. Schon heute könnte man sehr viele Autos mit Strom versorgen. Aber die Leute zweifeln halt auch. Im Publikum saßen dort eben auch Leute, die da nachgefragt haben, kann das denn wirklich alles so sein? Aber ich denke, wir haben da gute Aufklärungsarbeit geleistet, zumindest bei den Anwesenden. Und aus unserer Sicht ist E-Mobilität kein Problem. Genau, dazu machen wir demnächst auch nochmal ein Video. Ich habe ja dazu alle möglichen Netzbetreiber, Stromversorger befragt und die sehen eigentlich das genauso. Der Punkt ist letztlich der, es fällt ja nicht vom Himmel von heute auf morgen. Richtig. Genau. Ihr macht mobile Wallboxen. Und jetzt erzählst du uns mal vielleicht ganz kurz, bevor wir reingehen, weil es nämlich gerade anfängt zu regnen, vielleicht in drei Sätzen, was ist aus deiner Sicht der entscheidende Vorteil von einer mobilen Wallbox im Vergleich zu nah fest installiert? Ja, wir sind jetzt mal schnell reingegangen, denn es kam draußen gerade ein Regenguss. Wir sind jetzt hier bei uns im Eingangsbereich erst mal und wir waren bei der Frage, mobile Wallbox, was ist der große Vorteil? Genau. Also der große Vorteil von einer Wallbox, also unsere Wallbox, wir sehen sie so, es ist eigentlich eine ganz klassische Wallbox. Der Vorteil ist halt, sie kommt nur an einer Drehstromdose, kann man sie dranstecken. Die 22 kW Variante an der 32 CEE Rot Ampere Dose und dort kann ich sie auch hängen lassen. Viele unserer Kunden lassen sie auch lange dort hängen. Wenn sie dann aber in Urlaub fahren oder einen Zweitwohnsitz haben, einfach den Stecker abziehen, die Box nehmen, ins Auto packen und schon kann es ab in den Urlaubsort gehen. Genau. Dazu gibt es dann passende Adapter. Das wäre jetzt so ein Adapter, wie ihr ihn wahrscheinlich auch verwendet. Genau. 32 Ampere kommt auf den Stecker des Chargers drauf und dann der 16 Ampere Stecker in die entsprechende Drehstromdose. Gut, das heißt also im Prinzip, ich kann mit diesem mobilen Charger eigentlich an jedem Anschluss, den es gibt. Viele haben vielleicht in der Garage schon so einen roten CEE oder irgendwo halt ganz problemlos das Ding anschließen und laden. Eine normale, in Anführungszeichen, fest installierte Wallbox hat ja meistens noch so ein paar Dinge eingebaut, wie speziell einen FI-Schalter. Wie ist das bei euch? Das ist ein FI-Typ B mit Typ B-Charakteristik. Das heißt kein echter FI, sondern eine Softwarelösung. Wenn ein echter FI drin wäre, dann würde der den FI-Typ A im Schaltschleifenden machen. Und das wäre nicht zulässig. Und durch dieses FI-Schutzmodul ist eben der Hausumschluss vor Gleichstromfehler mit Autos, also wenn das Auto jetzt einen Gleichstromfehler produzieren würde, würde die Box abschalten und diesen Fehlersprung nicht ins Haus übertragen. Und damit ist dann die Haus-Elektrik sicher. Wäre das nicht in dem Gerät, müsste man das eben durch den Elektriker teuer installieren. Ihr habt das auch schon mitbekommen, wir haben es öfters bei uns im Kanal auch schon gesagt, wenn man in Deutschland eine Wallbox installieren möchte, muss man je nach Leistung bestimmte Meldepflichten erfüllen. Also zum Beispiel bis 11 kW muss man eine Wallbox beim Netzbetreiber anmelden, allerdings nicht beantragen. Alles, was drüber ist, muss beantragt werden. Wie ist das in Österreich? Also in Österreich haben wir diese generelle Anmeldepflicht nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass viele Häuser hier quasi eh schon mit so einem Drehstromanschluss ausgerüstet sind. Ich denke, allein bei mir zu Hause, wir haben auch jede Menge Geräte, die wir daran betreiben. Und von daher sind die Hausanschlüsse meist eh dafür ausgelegt. Was es gibt, es gibt so in einzelnen Bundesländern oder Gemeinden Vorschriften, dass man eben solche Geräte aus Bauvorschriftsgründen anmelden muss. Aber diese generelle Anmelde-Genehmigungspflicht gibt es hier nicht. In Österreich ist der Home Plus, eine Wallbox ist, die mobil verwendbar ist, wird als intelligentes Ladekabel anerkannt. Und jedes intelligente Ladekabel in Österreich und jede Wallbox wird quasi gefördert mit einem einheitlichen Betrag von 200 Euro. Und dadurch kommt auch jeder Österreicher hinter uns, unsere Wallbox gefördert kaufen zu können. In Deutschland sieht das teilweise anders aus. Da wird meistens eher unser GUI-Charger Home Fix gefördert. Mobile Lösungen, warum auch immer, haben dort nicht den Förderhintergrund. Das schreckt aber die meisten Kunden nicht ab. Unseren Charger zu kaufen. Denn bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir bieten, spielt das dann auch kaum. Merkt ihr denn eigentlich in den letzten Monaten eine deutliche Zunahme? Also in Deutschland, wenn man sich so die Zulassungszahlen anschaut, das nimmt schon zu. Wie ist das hier? Oder merkt ihr das insgesamt fürs ganze Unternehmen? Also wir merken bei uns im Unternehmen, jetzt kam ja die Corona-Krise und wir dachten, mal sehen, wie sich das so auswirkt. Wir sind aber gut durch Corona durchgekommen, so gut es eben geht. Gesund sind alle geblieben. Ja, wir halten auch hier noch den Abstand. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Und die Kunden werden halt, ja, wir gewinnen immer mehr Kunden, was auch an unserem starken Fachheimdienst liegt, die uns da unterstützen. Und unsere Geräte halt in vielen Online-Shops anbieten oder eben auch viele Elektriker, die mittlerweile, oder Solartechniker, die die Geräte mit dem Programm. Bei uns ist jetzt noch der Peter. Du bist aus der Entwicklung. Schön, dass du auch noch zu uns gekommen bist. Jetzt ist es ja so, viele, die sich mit dem Thema Elektroauto beschäftigen, die haben so noch so ganze Spezialfragen. Also da ist zum Beispiel die Frage, wie gibt es eine Möglichkeit, auch mit eurem Charger, Solarstrom, den ich im Überfluss habe, irgendwie über den Charger gesteuert ins Auto zu bringen. Und ich habe gelesen, bei euch ist so ein zusätzlicher Controller in Entwicklung, mit dem das möglich sein soll. Wie weit seid ihr da? Es gibt ja jetzt bereits eine offene Programmierschnittstelle, die API. Es gibt verschiedene Systeme wie OpenHub oder OpenWB, die darauf zugreifen können, mit denen wir bereits jetzt hunderte Kunden zur Lage steuertes Laden umgesetzt haben. Das ist aber noch relativ schwer zum einrichten. Deswegen werden wir in Zukunft den GUI-Controller vorstellen, der halt direkt in den Sicherungskasten verbaut wird, der den Überschuss direkt am Hausanschluss misst, eben sieht, wie viel Strom aus dem Haus rein oder raus fließt und dementsprechend den GUI-Charger nachredet. Jetzt sind bereits alle GUI-Charger dafür vorbereitet. Deshalb muss man jetzt quasi nur noch warten, bis dieser Controller auf den Markt kommt und kann es dann in jedes System nachrüsten. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art Smart Meter, der eingebaut wird und der den Lastfluss im Haus kontrolliert. Wird er dreiphasig sein? Es ist sogar sechsphasig. Also man kann drei Phasen anschließen auf der Hauszuleitung und weitere drei Phasen auf den Solarwechsel richten. Das heißt, man sieht nicht nur, was aus dem Haus rein und raus fließt, man sieht auch tatsächlich, wie viel man selbst verbraucht von dem Strom, den man produziert. Ein anderes Thema, was auch immer wieder kommt, ist das Thema Lastmanagement. Auch in Deutschland kommt diese gesetzliche Regelung, hoffentlich im Herbst, dass in Tiefgaragen, bei Mietwohnungen, bei Eigentumswohnanlagen, wo viele Parkplätze sind, viele Leute in Zukunft einen Ladeanschluss brauchen. Aber man unheimliche Kosten hätte, um jetzt für jeden Ladeanschluss 11 kW, nochmal 11 kW, nochmal 11 kW einzurichten. Es würde wahnsinnig teuer werden, weil der Netzanschluss halt in Deutschland so teuer ist. Also braucht man ein Lastmanagement, was das möglich macht, dass viele Autos auf dem gleichen Anschluss laden. Wie seid ihr da aufgestellt, technisch? Die Co-E-Charger selbst können das. Man kann eine Lastmanagementgruppe anlegen. Ich kann sagen, wie viele Ampere ich innerhalb dieser Gruppe hergeben will. Zum Beispiel haben wir ja selbst bei uns, bei unserem eigenen Ladepark, 80 Ampere zur Verfügung. Allerdings sechs Ladestationen mit 32 Ampere, die halt zusammen deutlich mehr als 80 Ampere hergeben würden. Wenn ihr zu viele Autos ansteckt, dass es sich nicht ausgeht, dass jeder die vollen 32 Ampere bekommt, fangen die der Reihe noch an zum Runterregeln. Das heißt, wenn zu viele Autos drauf sind, wenn es zu vier drauf sind, bekommt jeder nur noch 20 Ampere. Wenn eins davon jetzt wieder voll wird, dann können sich die anderen drei wieder den vollen Strom aufteilen. Und wir haben halt so fast nie den Fall, dass tatsächlich Ladestationen runterregeln, weil die Leute sowieso nacheinander kommen. So, jetzt mal ladet nur eine Stunde. Das heißt, es kann eigentlich fast immer jeder mit voller Geschwindigkeit laden. Trotzdem wird deutlich weniger Anschlussleistung verlegen müssen. So, und was brauche ich jetzt dazu, wenn ich jetzt euer Produkt nehme, der Charger alleine? Reicht der schon aus oder brauche ich noch ein Zusatzendetail? Also, ihr braucht nur WLAN-Verbindung, sonst reicht der Charger alleine aus. Der braucht keine Smart Meter, gar nichts. Ihr könnt einfach statisch einstellen, wie viel Ampere der Kuppe zur Verfügung stellen möchte. Ihr braucht dann kein weiteres Gerät. Das Ganze funktioniert dann über die App. Dort kann ich eben die Kuppe einrichten und auch Prioritäten verteilen. Es kann ja sein, dass jemand wirklich ein Auto mit hoher Batteriekapazität hat aus der Familie, zum Beispiel irgendwo. Und der fährt auch viele Kilometer. Das heißt, dem kann man mehr Ampere zur Verfügung stellen, als vielleicht jemand, der nur 10, 20 Kilometer am Tag fährt. Der braucht ja eh nicht viel umzuladen. Das heißt, nochmal zum Verständnis, also bei eurer Lösung ist kein zusätzlicher Controller nötig, sondern die Charger unterhalten sich untereinander und teilen die Last untereinander auf. Genau, das nennen wir das statische Lastmanagement. Mit dem GUI-Controller wird es dann auch ein dynamisches Lastmanagement geben. Das heißt, dort kann man dann auch eben Geräte aus dem Haushalt mit einbinden, sodass der Controller eben auch, je nachdem, wie man es eingestellt hat, festlegen kann, okay, der Charger soll jetzt nicht laden, weil jetzt ist eine Waschmaschine her oder was auch immer dazu gekommen. Und die sollen jetzt meinen PV-Strom nehmen. Also das kann man eben auch festlegen. Ich würde zum Beispiel nur mit PV-Strom laden. Und dann könnte man festlegen, welche Geräte wie eben funktionieren sollen. Okay, und das bringt jetzt jeder Charger von Haus aus schon mit. Da braucht man keine Extraoptionen irgendwie zu buchen. Also für das statische Lastmanagement braucht man keine Extraoptionen. Und das dynamische würde dann mit dem GUI-Controller funktionieren. Okay, und das letzte Thema, was auch immer wieder angesprochen wird, ist das Laden mit unterschiedlichen Tarifen. Also ich habe gelesen bei euch auf der Homepage, man kann bei euch den Charger an einen bestimmten Stromanbieter quasi irgendwie anschließen und dann vom Börsenpreis profitieren. Ist das so richtig? Ja, das ist immer aber da. Wenn man Smart Meter hat, kann man selbstständlich seinen Strom abrechnen. Das heißt, der Strom kostet jede Stunde was anderes. Das, was er halt gerade an der Strombörse wert ist. Und das ist auch schon im Voraus bekannt. Da gibt es diese De-Head-Aktion. Das heißt, ich erfahre heute schon, wie morgen, zu welcher Stunde die Strompreise sein werden. Und ich kann einen Co-E-Charger einstellen. Ich möchte zum Beispiel um 7 Uhr losfahren. Ich möchte zwei Stunden laden. Ich stecke am Abend an. Das lädt jetzt nicht sofort, weil am Abend sind die Strompreise meistens am höchsten. Es lautet dann irgendwann um 3 Uhr in der Früh, wenn der Strompreis automatisch ist. Und in der Früh wird es dann trotzdem voll. Und das wird automatisch schon in die Zeit verschoben, wo ich am wenigsten für den Strom zahle. Und das sehe ich dann wirklich an der Stromrechnung. Oft passiert es sogar so, dass der Strompreis negativ ist. Dann ladet der Co-E-Charger natürlich zu dieser Zeit. Vor allem jetzt während der Corona-Zeit. Dann wird es bei uns daheim geschafft, einen Strompreis von unter einem Cent pro Kilowattstunde umzusetzen. Weil wir halt immer dann geladen haben, wo der Strompreis negativ war und dementsprechend viel zurückbekommen haben. Also in Deutschland, ja? Weißt du noch, was der Strompreis in Deutschland kostet? Ich glaube, ich war so bei 27 Kilowattstunden. Das ist ja so je Kilowattstunde. Ja, ich wollte noch Netzgebühr. Genau, das ist ja wirklich Netzgebühr. Ja, ja, ist klar. Die kommen hier natürlich auch dazu. Aber der reine Strompreis, ja, was der war, an so 8, 9 Cent oder so. Eine tolle Lösung, die ihr hier konstruiert habt. Komplett made in Austria? Genau. Wahnsinn. Okay. Peter ist ja quasi mitbegründer des Unternehmens. Oh, okay. Oh. Das heißt, da stecken ganz viele Ideen auf. Ja, super. Gut, dann darf ich an der Stelle ganz herzliches Dankeschön an euch beide sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das alles mal zu zeigen. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, für euch war es auch interessant. Wir müssen natürlich noch auf eine Sache hinweisen. Es gibt auch noch andere mobile Charger. Wir sind ja nicht so ein Werbekanal hier. Jeder kann aber entscheiden nach den Funktionalitäten, die er gerne haben möchte. Es war aber super interessant, bei euch zu sein. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich drücke euch und sicherlich ihr alle auch, die die Sendung gesehen habt, die Daumen, dass es positiv für euch weitergeht. Ja, es hat uns gefreut, dass du hier wirst. Alles Gute. Und wir laden auch gerne alle Leute ein. Wir haben hier unten unseren Ladepark. Den hast du ja vorhin schon gefilmt. Und dort kann jeder eigentlich hier vorbeikommen und kostenlos sein Fahrzeug laden. Jetzt gerade in der Urlaubszeit stellen wir das häufig fest, dass doch Leute kommen. Und dann kann man unser Gerät auch mal persönlich kennenlernen. Super. Schauen wir uns, wie es so funktioniert. Alles klar. Dann euch alles Gute und vielleicht bis bald mal wieder in Österreich. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.